Kennt ihr es auch? Knüppelharte Tücher, die nicht mehr funktionieren. Wenn ihr solche Tücher zu Hause habt, dann wird es allerhöchste Zeit, dass diese Tücher mit dem Gimaco Kalk X Plus entkalkt werden. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich habe da eine Lösung angesetzt. Wir empfehlen auf 1 Liter Wasser 50ml Kalk X Plus zuzugeben. In diese vorbereitete Lösung tauche ich nun mein verkalktes Tuch. Wie ihr an der Reaktion jetzt seht, wird der Kalk aufgelöst. Je nachdem, wie stark die Tücher verkalkt sind, können diese über mehrere Stunden in der Flüssigkeit eingeben. Die Frage ist immer, kaltes oder warmes Wasser. Warmes Wasser hilft sicherlich, aber auch mit kaltem Wasser würde es funktionieren. Nach der Einwirkzeit könnt ihr das Tuch ganz normal waschen und es ist wieder funktionstüchtig. Ganz tüchtig.